Es sind zwei Stück, die da hinrennen Oh, da kommen wir halt Ja, der eine hat mich schon im Visier Rennen halt nicht hin, komm zu mir Na, ich renne jetzt von ihm weg, ja Hatten die auf dich geschossen, oder was? Nein Mal gucken, ob wir gerade in die richtige Richtung laufen Ja, laufen wir Ich komm gerade von G Ich hab dich aber auch auf den Augen verloren Ähm Ja Ja Wenn ich mit euch schlafen werde, würde ich noch in der Westen Ich glaube ihr habt immer uns dann in der Westen Ah, Mann, deine Mutter? Ich hab keinen Kompass, kann ich nicht genau sagen Ja, Mann, sie tinkt sie, was sie hat Ich habe Geld von ihr Dank Ja, wir müssen Richtung Westen Ja, sie ist sehr nah Ah, da bist du ja. Du läufst auf jeden Fall richtig. Get wrecked, bitch. Hier grad jemand nähe der Bay ist, alter. Hier sind grad vier Leute mit nem Bogen hinter mir her. Einen davon hab ich grad erwischt. Ey, ich lauf so, ne, bei unserer Bails sind daneben und auf einmal höre ich so voll viele Pfeile neben mir einschlage. Ich denk so, warte, ich hab mich übel erschrocken, weil's so dunkel ist und ich allein hier bin, so voll konzentriert auf meinen Farben hier, ne, und auf einmal fuh, 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 ich denk mir so, was, alter, ne? Ich dreh mich um, ein geb ich direkt nen Headshot. Die anderen drei sind immer nur hinter mir. Yeah, fuck you. Yeah, fuck you, British accent. Kann man sich nur so hinwerfen? Ja, man. Bam, get wrecked, bitch. So, zwei noch. Ja, wir sind gleich da. Ich seh die nicht mehr, ich glaub ich hab die abgehängt. Abgehängt. Jojo, die laufen weg. Die können, die kommen runter zur Straße, falls ihr da herankommt. Richtung so Sims, äh, wie der Dinger? Ja, ja, von unserer Base um. Ich war bei unserer Base daneben und auf einmal standen die daneben. Hier stecken sogar noch Pfeile in uns. Ja, die sind, ja, die sind, ja, die sind ununterhaufen. Sind jetzt im Wald, kurz bei der Straße. Aber haben nur Bogen, also keine Sorge. Das ist, warum ich immer mindestens 50 Pfeile mit mir habe. Haha, für solche Sch***. Ich habe gerade einen geholt. Wo seid ihr? Da wird es auf. Ah, ich bin auf F9 grad. Mit zwei Sims? Meist sims, bist du? Ja. Ich glaube die sind weiter nach Osten einfach gelaufen, weil die sind hier auch nicht auf der Straße. Nein. Come on, then follow me. Wow geil. Ich sehe so einer kämpft so mit so einem Zeug, der hat so eine komische Donator-Mütze da. Ich denke mir so, boah, der Wichser hat so einen Helm auf, ich tue ihn auf Freunden, so bla bla. Ich helfe ihm so ein bisschen am Bein und dann versuche ich ihm so einen Headshot zu geben und es hat einfach mal gar nicht gewirkt bei ihm so ne. Ich bin da vor mir weggerannt und dann die ganze Zeit auf den Geschossen voll verfehlt, dann war er übel weit weg und ich mache einfach so einen sinnlosen Schuss, einfach so um den abzuwehren und so, damit er weiter rennt. Der läuft genau in den Schuss rein, dann fällt er um. 20 Meter von mir entfernt oder so. Bist du schon bei Sims? Naja. Ich nicht. Da ist eine Base, da wurde gefeuert oder nicht? So, ist ne Falte. … Well, you can't. I see you there. Ne, ich gar nicht bei Sims. Ich seh auch nicht direkt bei Sims, ich bin in der … … … … Try harder, kid. Try harder. Oben auf dem Berg, oder? Von neben, unten auf der Richtung Try harder kid, try harder Nope, not today Oh, he still can't hit me So bad, he's so bad What's he doing? What is he doing? So bad Try harder, please Ohhhhh Observe gerade Sims von oben, von berg Nope Try harder, kiddie Try harder Try harder, kid There were so 2 Noobs Man, I have to kill Go away, dude Haha Will schon wieder her, oder? Ey, ich hab ja einen getötet Komm mal hier hoch zum Dingens Der kam so an Do you want this weapon, bla 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 Ich so, nene, verpissig So nach dem Motto Du hast ein Spieler bei mir im Camp Wo bist du denn bei welchem Camp, Alter? Ich seh dich hier nirgendswo Ich bin direkt Da rennt man nach Ja, komm mal zu mir Ja, du siehst mal einen Pfeil Der rennt mir nach der Diode Ah, da Wanna die? Ja, komm hier hoch, komm hier hoch Ich hol mir den Hab zwar auch nur einen Bogen, aber Okay, dann Ja, da kommen mir Stuhlscherks nachgelaufen ganzen Headshot eben Seh den gar nicht hinter dir Simms Parkplatz Ja, ich seh dich Ah, jetzt seh ich den Ja, komm hier einfach hoch zu Zum hier Ja, rennt schnurlscherakse Und ganz einfach mit einem Sniper und Headshot gehen Ich hab keinen Sniper im Bogen, Digga Was ist schön für hier zu lieb? Ja, jetzt haut er ab, siehste Aber Schüsse nach dem gehen Ey, Noobs Hier hab ich Noobs für dich, komm mal her So ein Schack Geh ne Wie er liebt Den homer uns eben den Typ, komm Das schlau ich schon Warte nix, da war falsch dran Oh scheißegal Ja Wie man täuscht uns an Die Macht unserer Gang zu spüren Da ist er im Supermarkt drin Ja, der ist hin Ja, der ist hin Komm wieder die Tür zugemacht Er hat die Tür zugemacht Er hat die Tür zugemacht Er sitzt da drinnen in dem Raum Im Supermarkt Da hinten, warte, warte, warte Er sitzt direkt da Tschüss, 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 geh weg, geh weg Er hat mich fast down, der Typ Naja, von Welle hier Hab ihn getroffen Muss mich heilen, pass mal eben auf mich auf, bitte Ja, ich blute auch wie Sau Wie gesagt, lass den hin, Rube Nein, nein, nein Ich hol mir den Wichser Hat der mich sauer gemacht Da ist er wieder drin, da hat er wieder die Tür zugemacht Geh So, er ist draußen, er ist draußen Da rennt mir nach Was ist denn da weg, jetzt ist er wieder Hey, Junge Oh So rude Junge Ja, ich kann endlich meine Machete morden, ich habe so einen Skin dafür für das erste Mal, dass ich die jetzt mache Boah, das Ding sieht brutal aus Siehst du diese Machete? Hast du die auch? Ja, ich muss brauche ich einen Macheten-Skin Ja, für Survival ist er ganz nice, finde ich Hauptsache ich hab grad irgendwie jeden Schei- Einmal hab ich den getroffen Ja, die haben doch den Schaden gebracht von der Machete, die Machete schaden jetzt Aha Ich hab mich zweimal geheatet und ich hab noch 30% Ja, ich war direkt auf Ich seh nun plötzlich meinen Screen übel rot auf einmal Ich denk so, was ist los, Alter? Mit der Machete kill ich auch am liebsten die Zombies Wie sie, Pissauge Ey, Pissauge, hä, was? Mein Ping, Alter! Was ist das denn für ein Brauch? Ich hab ein übelst Drecks-Ping, aber GG, Mann Ja, kein Denk Ciao Hallo Lacka ist hier im Ausreisten Ja, hier wird einer noch am anderen gekillt, ja Nur bin ich am Arsch der Welt Ich hab hier grad ein Auto gehört, aber ist wohl irgendwo weggefahren, wo ich es nicht mehr finde Die suche ich gerade, weil ich schnell dabei bin Was ist eigentlich mit dem Auto in der Cranberry-Base? Das steht da immer noch Das steht da immer noch Das ist aber ziemlich blöd, weil da steht hinter einem, geht und da kann man glaube ich sogar drüberspringen Boah, das ist noch ein Spieler Wo? Ich bin D9 Ich bin D9 Ich bin D9 Ich weiß nicht, dass ich da bin Diese Makeshift-Headshot sieht übelgeil aus, finde ich Oh shit, jetzt Downshoot mich, bitte Was ist los? Was ist los? Was brauchst du, Muni? Für welche Waffe? Was ist los? Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ich hab so vereinzelt Muni hier noch bei meinem kleinen Stash, den ich mit so einer Schaufel gemacht habe. You shouldn't shoot people on the side! Fuck you! Just fucking say hello! Right? Alright, hello! Hello! Fuck you! Jetzt kommt wieder einer, der... Oh man, die kassieren hier richtig! Die sollen nur kommen. Die kommen alle einzeln, das mag ich. Eins gegen eins. Oben mit Pumpe. Oh, was hat... Der ist beim Loot Cage. Vielleicht hat der einen Loot. Oh Gott, der muss sich killen. Der ist, der ist, der ist das für ein Kaffee... Der ist, der ist das für ein Kaffee. Der ist, der ist der Kaffee. In der Kaffee. 2 Spiele down Weißt du was ich hier gerne bauen würde mit der Base? Nice, nice, nice